Hallo Fans, seht euch einfach dieses Statement von Marcel Relf an, aber zunächst einmal, wenn sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, Marcel Relf kritisierte Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic nach dem 0-0 in der Champions League gegen Mailand heftig. Der Kommentarlegende zufolge stimmen die Ergebnisse des BVB derzeit nur, zur Hälfte und sonst fast nichts, sehr wenig für die Ansprüche der Auriniger und auch wenig in den Augen der Legende im Land. Ich sehe keine Weiterentwicklung, verwies Ralf gegenüber. Bild auf die Verletzung von BVB-Trainer Edin Terzic und fügte vielsagend hinzu, was weiterhin stimmt, sind die Ergebnisse, laut Ralf-Spiele der BVB in der Bundesliga, nicht so gut, aber zumindest werde eine Art neuer Pragmatismus. Propagiert, analysierte der 73-jährige Profi. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.